Hat man schon lange nicht mehr. Das Thema ist auch gerade so aktuell. Warum nur? Und warum habe ich da ausgerechnet dich ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Hast du jetzt nicht auch Kontaktschuld dadurch? Ich war doch schon dreimal bei dir oder so. Du bist ja eh unten durch. Oh nein. Kommst du damit gut durchs Leben? Ich habe mit den Rechten geredet, mit den Libertären, mit jedem eigentlich. Gestern habe ich da mit Marcellus Wallace tatsächlich geredet. Und da sind einige auf Twitter richtig wütend geworden. Also viel schlimmer, als wenn ich mit irgendeinem Rechten geredet habe. Das fand ich ziemlich seltsam. Fand ich auch. Ich habe es ja auch mitbekommen. Ich meine, gegen Wallace zu sein, ist jetzt halt nicht so verkehrt. Weil der Typ halt wirklich so ein bisschen, sag ich auch wieder abwertend Typ, weil der Mann ein bisschen sehr eigen ist. Er hat schon so eine verquere Ansicht, meiner Meinung nach. Also ich habe auch gestern irgendwie geschrieben, der hat so Tilted Floste-Vibes, die er in mir auslöst. Ja, irgendwie so ein bisschen. Wir haben über Nahostkonflikt geredet und was er da erzählt hat, fand ich sehr vernünftig. Also kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Was da bei euch Inhalt war, weiß ich nicht. Ich weiß nur halt, dass Marcellus Wallace ein strengender Mensch ist oder sein kann. Damals war das mit Kuchen-TV mal nicht. Da hat er seinen Beef gehabt. Und jetzt ist er halt so auf Tobias Huch drauf. Keine Ahnung, ne? Ja, aber das war bei Marcellus tatsächlich im ersten Teil des Talks. Also bevor wir über Nahostkonflikt geredet hatten, hatten wir das gleiche Thema wie wir beide jetzt. Tobias Huch hatte ihm mehrere DMCA-Strikes verpasst. Und genau das Gleiche ist mir ja auch passiert. Stimmt, stimmt. Das ist wiederum eine Sache, da kann ich ganz egal, was ich von Marcellus Wallace halte, eigentlich nur für ihn sprechen und mich dann ganz klar positionieren und sagen, ich finde das einfach so schwach. Die MCA-Strikes sind so, dass das das unfairste und schwächste Mittel, der unfairste und schwächste Weg, irgendwie gegen Leute vorzugehen, die eine andere Meinung vertreten oder dich kritisieren in deiner Meinung. Ich meine, vor allem Tobias Huch, ein gestandener Mann, immer macht hier den Löwen auf gut Deutsch im Internet, callt die Leute aus, auch so Ansage gegen Carsten Stern und so weiter und dann immer so dieses Protzen von wegen, hey, ich habe ihm einen Talk angeboten und er hat da abgelehnt und so weiter, weil sie alle Angst haben und dann verteilt er die MCA-Strikes. Ich bitte dich. Das, ach nein. Ja, aber da sind wir ja gleich bei dir, weil dir ist ja sowas Ähnliches passiert. Du hast ja mittlerweile drei DMCA-Strikes, wenn ich richtig mitgezählt habe, oder? Ja, einige sind wieder getilgt. Also aktuell bin ich wieder sehr weit unten. Also hätte ich die anderen nicht tilgen können, wäre ich jetzt wahrscheinlich aufgrund von DMCA-Strikes tatsächlich weg von der Bühne. Das heißt, einen hast du noch und die anderen zwei sind getilgt. Einen habe ich noch, genau. Einen habe ich noch über. Wie hast du die denn wegbekommen? Durch Gegendarstellung, oder? Gegendarstellung, ja. Ich habe da Einspruch eingelegt, ich habe gesagt, hey, yo, pass mal auf, Zitatrecht und Fair Use, auch wenn das hier in Deutschland nach deutschem Recht halt nicht greift, aber weil ja Twitch halt so eine Mischproke ist. Kannst du ja immer wieder auch mit Fair Use argumentieren und so weiter. Und im Rahmen des Zitatrechts, wenn du da halt wirklich, du musst ja mal gucken, diese ganzen Vorwürfe auch von unserer lieben Kritik-unfähigen Streamerin, ich hätte ganze Streams restreamt und so weiter. Das Wort restream, das ist vollkommen falsch. Ja, also restream würde ich tatsächlich, würde ich jetzt einfach eins ihrer VOD abspielen und dazu nichts sagen. Und dann so, Leute, macht euch selbst euer Bild. Das wäre ein Restream. Wenn ich selber nichts dazu beitrage, wenn ich nicht selbst daraus irgendwie versuche, was Eigenes zu kreieren, einen Mehrwert rauszuholen, das wäre ein Restream. Oder halt, wenn ich mich live irgendwo zuschalte und einfach zugucke mit meinen Leuten, das wäre dann halt der Restream. Das, was sie halt so beschrieben hat, das ist einfach de facto nie passiert. Aber das juckt in dem Moment auch Twitch nicht. Twitch muss aktiv werden und sagt, okay, das haben wir jetzt als Grundlage und dann ziehen wir halt den DMCA-Strike durch. Ja, man kann es ganz einfach machen. Du hast ganz normale Reaktionsvideos auf Streams von Shuyoka gemacht. Ja, selbstverständlich. Und ja, sie hat das Recht zu sagen, hey, pass mal auf, das ist Recht am eigenen Bild und eigenen Material. Da kann ich gegen vorgehen. Es ging ihr aber nie darum, dass ich jetzt irgendwie ihr Material genutzt habe. Es ging darum, dass sie halt nicht kritikfähig ist und halt dementsprechend mich irgendwie da aus dem Verkehr ziehen wollte. Was ich auf eine Art auch verstehen kann, also ich glaube, ich habe verstanden, manche Leute können halt mit Kritik nicht wirklich umgehen und wissen halt nicht wirklich auch so mental damit umzugehen. Was schade ist. Ich meine, du bist hier, das ist so, wie gesagt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. So funktioniert das nicht. Das eine schließt das andere mit ein, automatisch. Du kannst nicht das eine haben, dass du das Rosinen picken. Das funktioniert nicht. Da sind wir jetzt bei der Frage. Meinst du, das hat was mit, nur mit mentalen Problemen einer Streamerin zu tun? Denn ich hatte dir, also das kann ich glaube ich erzählen, oder? Ich hatte dir ja diesen Vortrag von Nightline geschickt und da meintest du, bin unsicher, ob ich darauf reagieren kann. Nicht, dass der mich strikt. Denn, also, allein das zeigt ja schon, dass du es hier mit einem größeren politischen Kontext zu tun hast. Wenn du dann sagst, kann ich jetzt auf diesen Inhalt reagieren, kann ich da nicht drauf reagieren? Ja. Ja, ich muss erst mal gucken, ich muss das auch so ein bisschen mehr eingliedern. Also, hier auf Twitch möchte ich jetzt schon versuchen, so ein bisschen vorsichtiger zu sein, auch in Sachen Reaction von gewissen Content-Creator, Content-Creatorinnen, weil, vor allem auch aus der Ecke von Neidhahn, ich meine, Dekalent hat es ja, fairerweise, muss ich sagen, sofort angekündigt, hat gesagt, sobald ihr auf mich reagiert, gibt es die MCA-Strikes. Ob er es am Ende des Tages ernst meint oder nicht, sei mir dahingestellt, aber er hat die Warnung ausgesprochen. Das heißt, er nimmt sich jetzt irgendwie so die Option, es wirklich durchzuziehen. Und, auch wenn ich die Aktion an sich natürlich lächerlich und scheiße finde, aber immerhin war er fair genug und Neidhahn ist ja halt, so ein sehr guter Freund von Dekalent. Und ich will da einfach nicht das Risiko eingehen. Ich meine, ich könnte vorher nachfragen. Neidhahn? Ich so, hey, yo, pass mal auf, ich habe da ein bisschen was am Videomaterial. Hast du ein Problem damit, wenn man darauf reagieren würde? Jetzt, wo ich es gerade ausspreche, ey, das müsste ich mal wirklich mal machen. Ja, jetzt mal im Ernst. Ich meine, mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Meine Absprachen halten. Also Neidhahn hat ja auch Polytopia ein Gespräch angeboten, als Polytopia in den Im-Stream angerufen hat. Nein, 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 jetzt doch nicht, das war jetzt auch schon wieder so ein bisschen, da hat er aber auch ein bisschen auf die Kacke gehauen in der Polytopia. Er hat gesagt, komm, wir machen das jetzt sofort und Neidhahn wollte eine Woche Bedenkzeit oder Vorbereitungszeit. Ein paar Tage später hat Polytopia gesagt, okay, die Woche Vorbereitungszeit kannst du haben. Da war Neidhahn dann auch nicht mehr zum Gespräch bereit. Ja, da wollte er auch nicht mehr. Das ist schon witzig. Nee, dass ich, also es ist halt wirklich so, weil ich auch wirklich versucht habe, hier mit meinem Chat abzuwägen, gibt es denn wirklich noch eine tatsächliche Notwendigkeit, Dinge nochmal auseinanderzunehmen, so einzuordnen und so weiter oder ist die Gefahr dann einfach zu groß dafür, dass ich dann, ich meine, ich habe ja immer noch Kick als Ausweichplattform, dass ich dann sage, wenn es wirklich eine Herzensangelegenheit ist, kann ich da immer noch irgendwo ein bisschen im sicheren Gefild irgendwo reagieren. Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich da schon ein bisschen vorsichtiger bin. ne? Ja, und auf Kick hast du halt viel weniger Zuschauer als auf Twitch. Das sehe ich ja selber. Das ist wahr. Ich streame ja alle Streams hier parallel auf Kick und da habe ich dann immer einen Zuschauer oder so und auf Twitch dann 100 Zuschauer. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, das ist wirklich wahr. Aber gut, okay, ich meine, du kannst ja dann immer noch halt ein Video draus machen, aus deiner Reaction, das dann hochladen, dass du dann darüber noch ein bisschen Reichweite reinholst. Ja, aber es ist auch so, dass ich diese ganzen Kritiker und die ganzen kritischen Aussagen, dass das nur mein Content ist und dass ich immer wieder drauf aufspringe und so weiter, das sind ja auch Dinge, auch wenn ich überzeugt davon bin, dass es halt irgendwo ins Leere geht, dieser Vorwurf. Aber ich denke trotzdem darüber nach und ich versuche wirklich, mich selber zu beobachten, das einzuordnen und zu gucken, stimmt das denn jetzt wirklich? Und da habe ich auch zuletzt gesagt, bei bestes Beispiel Shoryoka, im Grunde genommen, habe ich da meinen Job getan, zu zeigen, wie sie mit Kritik umgeht, wie sie ehrliche Kritik nicht annimmt, wie sie immer wieder ausweicht und so weiter und das Ähnliche ist auch mit Dekalent und im Prinzip dann auch Neid und so weiter. Aber wenn es danach geht, dürfte ich aber gar kein irgendwann mal mehr irgendwas sagen. Also so ganz komplett weg bin ich nicht, nur dass ich dann halt auch persönlich meinen persönlichen Teil damit reinnehme, das mache ich dann halt nicht mehr, weil es mir halt auch nicht, das ist mir einfach nicht wert. Da muss ich gucken. Entschuldigung. Ja, deswegen, also ich hatte ja tatsächlich mich nur zu Shoryoka geäußert, als sie angefangen hat, andere Streamer wegzustriken und ja, jetzt ist es halt wieder passiert. Ja, es ist fürchterlich. Ich meine, der letzte Bann, das war ja kein DMCA-Strike, das war ja halt tatsächlich wegen Hassrede wurde ich da gebannt, weil ich tatsächlich aufgezählt habe, dass es einige unwahre Wahrheiten gibt, die ich aus meiner tiefsten Überzeugung auch wirklich für bewusste Lügen aufgenommen und empfunden habe. Weil es gibt einige Dinge, ich will das jetzt nicht im Detail wiederholen, aber es gibt Sachen, die weiß man, dass sie halt nicht stimmen. Das bekannteste halt, diese Unterstellung, dass ich irgendwelche Nazis kennen würde und damit angeben würde, die auch zu mobilisieren und so weiter, das könnte nichts falscher sein als das. Aber das ist halt eine gezielte Lüge, mich einfach durch den Dreck zu ziehen. So, und das ist halt nachweislich. Oder auch, da gibt es irgendwie, das andere war dieses, dieses Doxing von Tobias Huch. Dagegen ist ja auch gerichtig vorgegangen. Da gibt es ja auch ein Gerichtsurteil jetzt. Oder einen Beschluss zumindest. Ja, das geht zwar an Freiraum Reh, dass sie das halt nicht mehr sagen darf, dass er ihren Standort geleakt hat. Aber ich meine, wenn du schon sowas in der Hand hast, dann ist ja wohl klar, dass das halt Aussagen sind, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber da differenziert Twitch nicht. Da sagt er, okay, das hast du gemacht. Okay, und das ist nicht gut und du hast diese Person als ekelhaft bezeichnet. Ich fand das Vorgehen ekelhaft, ja. Ja, und ich habe diese Person kritisiert. Ja, und du bist noch ein Strike. Einfach mal sieben Tage Bann. Dafür, dass ich, naja, eine Meinung geäußert habe und dass ich auch tatsächlich mal, ja, Fakten oder nachweisbare Fakten erwähnt habe. Schwierig, weiß ich nicht. Dieses in die Nähe von rechtsradikalen rücken, das ist ja eine ganz beliebte Taktik der Desinformation. Da ist ja die Amadeo-Antonio-Stiftung auch beispielsweise immer sehr früh mit dran. Das ist ja eine ganz beliebte Taktik-Taktik-Taktik-Taktik-Taktik-Taktik-Taktik-Taktik-Taktik.